Willkommen zu Probably Nothing, denn IOTA und Shimmer News. Wir behandeln heute den ganzen Oktober. Frohes neues Jahr, los geht's. Mit Oktober hat Tangleswap die Partnerschaft mit Cardano bekannt gegeben. Damit könnt ihr euch zwei Communities Tangleswap nutzen. Die Wahl von Cardano basiert auf dessen Dezentralisierung, Sicherheit und Unterstützung durch eine aktive Gemeinschaft. IOTA ist Teil der offiziellen Delegation der VAE auf der CEATEC 2023 in Japan. Die IOTA Foundation wird als wichtiger Teilnehmer in der Startup-Delegation der Vereinigten Emiraten auf der CEATEC vorgestellt. Eine führenden globalen Veranstaltung für Spitzentechnologie. IOTA wird aufgrund seiner Web3 und Web2 Innovationen anerkannt und nutzt die Tangle-Technologie für offene, effiziente und dezentralisierte Netzwerke. Die Teilnahme bietet IOTA die Möglichkeit, seine Technologien auf der internationalen Bühne zu präsentieren und Partnerschaften zu fördern. Der Blogartikel A New Consensus Model Nakamoto Consensus on a DAG von IOTA stellt das neue Konsensmodell von IOTA 2.0 vor. Es ist eine Weiterentwicklung des Nakamoto Consensus und basiert auf einem gerichteten a-zyklischen Graphen, einem sogenannten DAG, dem IOTA Tangle. Dieses Modell ermöglicht das Knoten über die Gültigkeit von Blöcken und Transaktionen zu entscheiden und Konflikte effizient zu lösen. Es hebt die Vorteile des UTXO-Modells und die Rolle des zufälligen Tippauswahl-Algorithmus hervor. Das Konsensmodell zielt darauf ab, eine sichere und effiziente Netzwerkverwaltung zu gewährleisten. Eine bedeutende Kollaboration im Ökosystem wurde angekündigt. Demir schließt sich Suniverse an. Dies markiert den Beginn einer mehrphasigen Einführung, um Demirans Datenprodukte mit Suniverse zu verknüpfen. Dies umfasst Funktionen für DeFi, DApps, Tokens, DAOs, NFTs und sogar Kohlenstoffmärkte. Die Partnerschaft mit den Gründern Matt Yager und Durell Chapman bringt Oracle und den zentralisierten L2-Speicherdienste auf die Plattform. Dies erweitert auch die Anwendungen für den Sun, den Shimmer sowie die zukünftigen IOTA-Token und BILD und stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Nutzung dieser Technologie dar. Am 17.10. geht Shimmersee eine Partnerschaft mit Chakra Labs ein. Einen Tag später folgt ein weiterer Blogpost der IOTA Foundation. Der Blogbeitrag Confirming Transactions IOTA 2.0 behandelt die Rolle von Validatoren im IOTA-Netzwerk. Validatoren sind wesentlich für die Konsensmechanismus von IOTA und erhalten Mahne als Belohnung für ihre Beiträge zur Netzwerksicherheit. Sie bilden Komitees, lösen doppelte Ausgaben, bestimmen die Einbeziehungen von Blöcken und finalisieren Slot-Verpflichtungen. Dieser Beitrag ist Teil einer Serie zur Einführung von IOTA 2.0 und bietet einen detaillierten Einblick in die Funktionsweise von Validatoren und deren Einfluss auf das Netzwerk. Philancore postet einen Tweet. Das Ziel ist es, alles im Fahrzeug zu verankern und Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt IOTA 3.0 zu integrieren, um Belege für die Autoinfrastruktur mit der IOTA, SSSI und DLT zu liefern. Es handelt sich um einen integrierten Ansatz für die Zukunft der Mobilität und autonome Fahrzeuge, der verschiedenen Technologien und Forschungsergebnisse zusammenbringt. Philancore GmbH ist eine der wenigen Firmen, die öffentlich oft IOTA erwähnen. Kowai hat einige Einblicke der CA-Tag auf X gepostet. Trotz der Präsenz großer Unternehmen wie Sony und Toshiba gab es wenig Aufmerksamkeit für DLT oder IOTA. Die Wichtigkeit der Vernetzung ist und bleibt aber sehr wichtig, um die Bekanntheit für IOTA zu erhöhen. Zusätzlich zur Messebeteiligung plant IOTA ihre Präsenz in Japan durch Partnerschaften und möglicherweise eine physische Niederlassung zu erweitern. Das lustige Accumulator-Hörnchen bekommt ein neues Aussehen und einen Blogbeitrag. Accumulator ist eine neu eingeführte, dezentralisierte Plattform auf Schimmer-IWM, die als Yield-Optimizer für DeFi-Investoren fungiert. Sie automatisiert den Prozess des Sammelns, Umtauschens und Reinvestierens von Erträgen aus Liquidität-Pools. Als erster Yield-Aggregator auf Schimmer-IWM bietet Accumulator effiziente und sichere Wege zur Ertragsmaximierung. Die Plattform ermöglicht das automatische Kompondieren von Gewinnen und ist ein Fork von Bifi-Finance, bekannt für seine Sicherheitsaudits. Es gibt auch Pläne, den eigenen Token AKU einzuführen. Vivi SWOT präsentiert eine Tabelle mit den nachhaltigsten Blockchains. IOTA und Schimmer wird ebenfalls aufgezählt. Am 24. Oktober hat Kowai noch mehr Einblicke aus der CAT gegeben. Hunderte von Besuchern aus verschiedenen Branchen besuchten den IOTA-Stand. Besonders bemerkenswert war der Besuch der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate in Tokio, wo eine Präsentation über IOTA gehalten wurde. Sogar der japanische Wirtschaftsminister schaute kurz vorbei und wurde mit einem IOTA-Fly abgebildet. IOTA ist dankbar für die Möglichkeit durch die Unterstützung der Vereinigten Emiraten der Regierung in den japanischen Markt einzutreten und Sichtbarkeit zu gewinnen. Auch Landex präsentiert ein neues und überarbeitetes White Paper. Ende Oktober veröffentlicht Vivi SWOT eine gute Nachricht auf X. Man kann IOTA per PayPal ohne KYC bis 699 Euro pro Tag kaufen. Mitte Oktober kursierte ein PDF der FTSE Grayscale Utilities and Services Crypto Sector Index. Dieser Index misst die Leistung von Crypto Assets, die praktisch und unternehmensorientierte Anwendungen anstreben. In diesem war auch IOTA auf Platz 9 gelistet. Mittlerweile ist dies aber nicht mehr der Fall und IOTA befindet sich nicht mehr auf dem Index. Vivi SWOT bietet nun den Kauf von Schimmer an. Wer über Weihnachten also noch hartes Fiat Geld hat und gerne mehr Schimmer kaufen will, los geht's. Blum hat Ende Oktober einen Blogbeitrag über die Entwicklung der IOTA-Wallets geschrieben. Die Entwicklung des IOTA-Wallets Firefly begann von 6 Jahren und wurde in Zusammenarbeit mit Charlie Vali und Navin Ramachandran entwickelt. Es folgte die Umstellung auf Chrysalis mit verbesserten Protokollen. Im Jahr 2023 startete das Firefly Team das Projekt Bloom, um ein benutzerorientiertes Wallet zu schaffen. Bloom ist eine Weiterentwicklung von Firefly und zielt darauf ab, das Ökosystem von IOTA Schimmer und Schimmer EVM in eine Einwendung zu vereinen. Ebenfalls Ende Oktober gab es den 9. Teil der IOTA 2.0 Erklärserie. Der Artikel Finality Explained How Notes Sync the Ledger behandelt die Funktionsweise der Endgültigkeit, der Finality, im IOTA 2.0 Netzwerk. Er erklärt, wie Slot-Commitments in einer Kette organisiert sind, um Konsens zu erreichen und das verteilte Ledger zu synchronisieren. Diese Commitments dienen als Checkpoints für die Knoten, um ihre Ledger-Daten abzugleichen und Diskrepanz zu lösen. Der Artikel beleuchtet auch, wie diese Methode die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzwerks stärkt. Groupfile plant die Integration von Web3, DID, Domänendiensten im gesamten Kryptobereich. In Gesprächen mit führenden Anbietern wie INS Domains, Space ID Protocol, FIO und Dezentra Web zählt Groupfile darauf ab, bemerkenswerte Anwendungsfälle zu entwickeln, um eine robustere Gemeinschaft innerhalb und außerhalb von IOTA zu fördern. Und das war der ganze Oktober auch schon. Ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr 2024, dass alle Projekte voll durchstarten und wir alle davon profitieren können. Einen großen Dank geht auch an meine Unterstützer, die das Projekt hier finanzieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.